Willkommen zurück zu... Äh, wie heißt das Ding? Fruit Cave mit Wolfbeid-LP. Warum hab ich keinen Ton? Ich weiß nicht, ich hab auch keinen Ton. Kannst du irgendwas drücken? Ja? Ah, jetzt... Oh, jetzt ist wieder ein Ton da. So, Castle Nummer 2, liebe Leute. Oh yeah, es ist wieder ein Kletter. Es ist zumindest wieder ein normales Schloss. Ja. Ein wirkliches Schloss, nicht ein Fake-Schloss. Scumbag-Pilz. Da steht er. Mario, see if you can make it past my psychic powers. You'll be so scared that you'll run back the way you came. Haha, Larry. Larry. Ah, Scumbag Larry. Oh, Gott. Ich befürchte das Schlimmste für dieses Level. Ich auch. Aber dann wiederum befürchte ich immer das Schlimmste. Das ist jetzt nichts Neues. Dann ist gut. Ja, lass, das bringt dir eh nichts. Ja, stimmt. Hä? Ach, das hab ich gar nicht gesehen, das Teil. Oh Mann. Dir musst du auf alles achten. Da hab ich, da hab ich letztes Mal einen guten Run gehabt und dann das. Ja, das hast du aber echt nicht schlecht gemacht. Das muss man dir lassen. Das war jetzt aber auch nicht so schwer, muss man sagen. Sonst hätte ich es nämlich nicht so gut geschafft. Aber hier wäre mir ganz ehrlich ein Cape Thief viel lieber. Gibt es überhaupt Capes in diesem Run Hack? Ich glaube, nein. Oh je. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Spring. Spring. Weck mich. Stirb. Nein, danke. Das überlasse ich anderen Personen. Wow. Okay, nicht weiter. Oh. 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 Spätestens hier hätte ich so versagt. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Immer nach Starfire gekriegt. Vielleicht gilt der ja auch diesmal. Das wäre zumindest ganz nett, wenn der gelten würde. Oh, da ist ja schon die Boss hier. Okay. Los komm, Larry. Holen wir uns. Oh. Ja, war eine Fake-Boss-Tür. Oh. Nein, 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 nein. Was ist das denn jetzt? Ach, müssen wir nach links laufen. Was hüpft da so seltsam rum? Das klingt fast wie ein Chuck. Ach, ich glaube, du musst den Knopf mitnehmen zur Boss-Tür. Oder? Kann ich aber nicht. Dann spring einfach drauf. Das ist so einer von den drei Fuzzis. Der teilt sich nämlich jetzt. Ne, der teilt sich doch nicht. Okay, ich dachte, der teilt sich. Wow. Das Problem ist, der schlägt nicht jetzt verdammt im Weg. Oh, und one up, und one up. Dann hätte ich die eine Dings doch mitnehmen sollen, die eine. So, jetzt holen wir uns den, Larry. Ja, one cycle kann ich hier vergessen. Kommt er einfach zurück, rutscht. Die Sau. Ich graue es jetzt schon. Bin mal gespannt, wo, wo Midway greift. Okay. Okay, sehr gut. Ach, ge- Ja, dazu sage ich mal einfach nichts und versuche, Larry zu tun. Mit Feuerblume wäre das sehr viel einfacher, wenn ich sie hätte. Wahrscheinlich. Dann könnte ich ein One-Cycle probieren, aber mit... Mit meinem Talent geht das nicht. Hattest du eigentlich am Midway gesaved? Ähm, nein. Aber kann ich ja jetzt machen. Ja, wir haben bald noch ein Leben, das ist ein guter Punkt, wird safe. So, legitimer safe. Legitimer safe, das stimmt. Komm schon. Nein, nein! Docken, nicht springen! Docken, nicht springen! Docken, nicht springen! Das Schlimmste ist, dass ich jetzt den blöden Mist mit dem Switch-Nobber machen darf. Ja. Ich hab kein Leben. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Das denkst du? Ja, das ist der Kind. Willst du mal gesagt haben... Ähm, bisher, ähm, ist bei jedem, äh, hast du jedes Level gemacht. Ja, dann wird's Zeit, dass du mal eins machst. So wird es nix. Nee, so nicht. So wird es nix. Frohe Ostern. Versucht, unsere Erfolge zu finden. Ja, wir haben sie gut versteckt. Ja. Kleiner Tipp. Und angemalt sind sie in schwarz. In tiefstem Schwarz. Kleiner Tipp. Sie sind dort versteckt, wo unser Talent auch ist. So. Jetzt den Mist nicht nochmal machen. Ja. Dies machst du keinen Pilz. Ja. Du musst auch das Rohr treffen. Das ist nicht so einfach. Die brauch ich zwar nicht, weil... Wir haben eh nur noch eine. Die da. So, Vorsicht vor den Chucks. Ich weiß, das Hauptproblem ist der hier unten. Wow. Triple. Hit. Okay, sehr gut. Hast du es geschafft. Und jetzt lauf, 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 lauf. One up und... Knopf und... Ja! Und noch einmal. Ganz ehrlich, ich mach hier einen Save. Das sähe ich nicht ein. Okay, gut. Ah, der gute alte Anfangs-Lag. So. Du musst ihn doch nur dreimal treffen. Ich muss ihn hier runterhauen. Ja! Ja, hast ihn jetzt dreimal getroffen. Cool. Das Problem ist halt, wenn es nicht in die andere Richtung geneigt hätte, wäre er wieder zurückgekommen. Ja, Leute. Das sind aber jetzt ordentlich Punkte, die wir da kriegen. Oh, yeah! Weg damit. Ja. Dreck. Larry Cooper has perished on his own castle. No stopping to Mario. Mario continues his walk back to his house apartment through the pipe. Was denn nun? House or an apartment? Oder ein apartment house? Nein, ein house apartment. Davon hab ich ja noch gehört. Von einem, von einem Apartment-Haus. Aber ein house-Apartment? Ja. Und ich darf jetzt hier schönes Geisterhaus auch noch im Anschluss machen, oder was? Hehehehe. Geister...Garten. Ich hoffe, du hast gesaved? Ich hab keine Ahnung. Oh, oh. Wenn nicht, ich hab ja bei Larry gesaved. Ja. Ich hab schon gedacht, jetzt bin ich wieder derjenige, der hier das Geisterhaus im Alleingang machen darf. So wie im Super Mario World. Let's play. Weil ich bin nicht dafür... Ah! Ich bin nicht dafür geeignet, will ich jetzt schon mal sagen. Wie komm ich denn da? Ach so. Spin den Geist. Ah! Komm schon! Gottverdammt! Einfach nochmal Spin Jam drücken. So, jetzt werden wir sehen, wo ich gesaved hab. Was hab ich denn gemacht? Ich hab doch genau das gemacht. Okay, dann machen wir noch einmal Larry Cooper. Oder, verzeih, du machst Larry Cooper. Es ist nicht so einfach, wie's aussieht, ja? Das möchte ich an alle Zuschauer da drüben weitergehen. Es ist einfacher. Es ist einfacher, als es aussieht. Es ist viel einfacher. Diese Flamme da rechts macht mich total nirgends. Ich könnte den One zeigen. Ja, könntest du. Dann mach's mal, wenn du's könntest. Das hat sogar noch das Geräusch gemacht davon, dass er nochmal weggestoßen wurde, ne? Tja. Ja! Drecksvieh. Geht einem so offen, okay, so, kann ich's irgendwie überspringen? Scheinbar nicht. Ja, doch, hast du doch gerade auch schon. Ah, okay, das hört einfach irgendwann von Webster aus. Nee, es hat eben irgendwie übersprungen, so. Kann man das überspringen? Das Geräusch von den Punktezählen im Hintergrund ist immer noch da. Jetzt nicht mehr. Ja, es hat sich abge... Abgetimt. Mit der Explosion des Schlosses. Bestimmt absichtlich so gemacht. Gut, und jetzt setze ich ein Save. State 9. Ja, ich hab aus Versehen den... Knopf für meinen State 9 gedrückt. Jetzt speichere ich immer automatisch auf State 9. Ist doch egal. Sag ich auch so. Wir hätten sogar ein Save gehabt. Ja, stimmt. Dann hätten wir sogar wieder fünf Leben. Tja, im Nachhinein war's mal alles besser. Das stimmt. So. Sehr gut, sehr schön. Oh. Okay, so geht's auch. Hätte ich das gewusst. Ich hab eigentlich auf den Pilz gehofft. Geh da mal weg, du Mistvieh. So, wofür ist dieser Knopf gut? Das werden wir gleich sehen. Okay. Sei bloß vorsichtig. Okay, der Knopf ist notwendig. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Okay, jetzt kannst du aufhören zu laufen. Ich hab aufgehört. Das hab ich damit jetzt nicht gemeint. Das war ein eindeutiger Kommunikationsfehler. Richtig. Ja, dann ist es jetzt Luigi's, äh, Luigi's Tag im Geisterhaus. Geistergarten. Oh Mann! Jetzt laden wir einfach den Speicher. Ja, das tun wir. Ist wahrscheinlich besser, also. Dann haben wir wieder mehr Leben. Richtig. Dann den hier. Weiter geht's. Okay. Ist wieder souverän gemacht. Also das, was man halt souverän nennen kann. Ah, da ist es drin. Ja. Das hast du vorher nicht genommen, das Teil. Ja, hätte ich vielleicht tun sollen. Ja. Du weißt. Lauf, 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 lauf The Ghosts Nee, schaff ich nicht Seht auch so Instakill, so, Selbstmord, schaff ich nicht Ich will nicht mehr, doing Aber was ich mich frage Wir sehen nun den großen Luigi, wie er wieder innerhalb von 5 Sekunden stirbt Machst du gut Danke, danke, danke Aber was ich merkwürdig finde, er ist hier, hat er sich verlaufen und ist dahin gekommen? Von der Story her, ich hab das nicht mehr so ganz im Kopf Ich glaub, die Story ist jetzt nicht so, sagen wir mal, substanziell Ja, ich mein ja bloß, weil er könnte ja einfach den Weg zurückgehen, den er gekommen ist Ich mein ja bloß Das hat doch der Larry sogar gesagt, dass er das tun soll Du bist von links gekommen, nicht von unten Ach so Ich dachte der schnellste Weg vom Berg weg ist runter Das ist der, das ist aber auch der schnellste Weg, um alle Wege zu beenden Süße, bin ich gut So, wir gehen jetzt noch mal das Rennen Ach, mit dem Dreieck, okay Äh, ich mein Das ist doch, das macht uns doch auch keinen Spaß, Leute Es geht voran Langsam Langsam, langsam aber sicher Mit Babyschritten Hey, du hast immerhin schon jetzt geschafft, dass die Pflanze rauskommt Das ist wahr Ich bin auch ganz stolz drauf Das ist wahr, ich bin auch ganz stolz drauf Sehr vorsichtig Oh Professionell Ist mir jetzt so egal da oben Okay, jetzt kannst du Der Wolf nicht sprengen So, dann komm ich jetzt vielleicht wieder ein paar Zentimeter weiter Hast eine Minose Die darfst du voll ausnutzen Komm schon, gib mir den Pilz Komm schon Oh oh Leute, ich hab genauso viel Angst wie ihr gerade Oh Gott Nein, nein Halbe Minute hast du geschafft Oh je Ja, aber wieder ein paar Zentimeter weiter Also ich mach Fortschritte Langsam aber sicher mach ich Fortschritte Hey, es geht voran, Leute Was wollt ihr mehr? Ja Ich geh ungefähr so sehr voran wie bei der Deutschen Bahn Dieser Geist kriegt mich nicht I'm afraid of no ghost Dieser Geist hat dich gekriegt Wie immer Letztes Mal hast du ihn ausgetrickst Ja, aber da hab ich auch gewartet Diesmal nicht Aber es hat mir geholfen, bis jetzt Wenn ich mich von ihm treffen lasse, dann komm ich hier weiter Boing Ja Achja, grüne Koopas sind ja nicht so klug Die rennen auch Klippen runter Ja Ich würd so darauf wetten, dass das hier ne Reset-Door war Nein, wir sind Wir haben's bis ins Ghost-Haus Leute, ähm Das war's mit Fruit Mit Fruit Cave Nein, Leute Lasst uns einen letzten Kommentar dann Daumen nach oben, der Part ist vorbei Wir sehen uns beim nächsten Mal Und ich würd sagen, bis dann Euer Wolf Bis dann Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann